Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin Holi. Ich bin der Holi. Ich hab Angst. Ich bin der Holi. Und ich bin der Amnesia, denn Amnesia ist so tolles Spiel. Amnesia ist das beste Spiel. Ich muss das streamen. Holi muss das streamen. Amnesia ist super. Ich bin so doof. Wie bin ich nur auf diese doof Idee gekommen? Okay, wir spielen. Kein Rückzug. So. Es ist ein Flur. Was erwartet aus unserem Flur? Wir sind im Mediamarkt. Heute ist der 22. März. Es ist gerade Monster Hunter 3 Release Ultimate. Und ich bin gerade im Mediamarkt ganz alleine im Dunkeln. Denn ich bin eingebrochen und hole mir das Spiel schwarz. Okay, wir sind im Mediamarkt. Ich suche jetzt Monster Hunter 3 Ultimate. Okay, so geht's. Das geht. Nein, es funktioniert irgendwie nicht. Die Tür geht auf. Moment. Ich muss hier schnell was beim Chat. Moment. So. Geht weiter. Sorry für die Unterbrechung. Ja. XBit passt auch. Okay. Geht weiter. So. Die Tür geht auf. Die Tür. Licht. Licht. What the fuck. Ich hab was gehört. Ich mach die Tür zu. Nee, kommt keiner rein. Ich bin hier. Ich ist besetzt. Was ist das für ein Geräusch? Verdammt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich hab eine Waffe. Ich hab eine Waffe. Das ist der tödliche Tintenfassbehälter. Wenn ich da jemanden treffe. Noch besser. Jesus. Ich brauch Jesus. Beschüsst mich von dem Bösen. Okay. Okay. Mich kann jetzt kein... Moment. Kurz Moment. Ich muss hier kurz auflegen. Stehst du? Nein, nicht umfliegen. Okay. Ist da jemand? Versteckt? Nein. Ein Schalter. Okay. 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 Wir haben wieder Öl. Wir füllen nach. So. Oh, viel hat das nachgefühlt. Okay. Das ist ein Schalter, oder? Ne, das ist nicht mal ein Schalter. Eklige weiße Mäntel. Ach, tu mir. Ich fühl mich wie in ein Krankenhaus. Oder wie in so einer Anstalt, ey. Was ist hier? Nix. Bücher. Harry Potter. Hier haben wir Justin Bieber. Bücher. Die brauchen wir nicht. Das ist Fanboys. Okay. Wir nehmen dich mit Jesus. Nein. Ich brauch dich. Ich bin christlich. Ich bin kein Satanist. Nur, dass ihr es wisst. Ich... Ja. Ich hab meinen eigenen Glauben. Und ja. Ne, das kommt nicht gut. Ne, ich lass dich liegen. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab... Ich gern. Tut mir leid. So. Tut mir leid. Mach ich nicht mehr. Okay. Wir haben schon mal ein Stückchen geschafft. Ich mach mir wieder die Tür zu. Und geh weiter. Okay. Wie sieht's hier aus? Nein, wir sehen gar nix. Denn wir sind in Amnesia. Und in Amnesia darf man nix sehen. Hallo? Wovon ist jetzt was? Das ist offenbar nicht mehr statt. Geht die Tür auf? Verdammt, die Tür geht auch auf. Da ist auch Licht. Da ist auch Licht. Da ist auch Licht. Kommt hier irgendwas? Nein. Okay. 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 Auch ein gleiches Zimmer. Hier sieht's schon mal sauber aus. Wir machen die Tür zu. Wir machen die Tür zu. Hier kommt keiner rein. Denn sonst... Ja. Zugesperrt. Zugesperrt. Die Schlüssel weggeschmissen. Ansonsten bin ich bewaffnet. Okay. Das nehm ich mit. Das nehm ich dann mit. Das ist mein Schutz. Okay. Bitte nicht... Da drin darf nix sein. Bitte nicht... Nein. Hier ist nix. Hier ist nix. Da versteckt sich kein toter Mensch. Nein. Da ist nix. Da ist nix. Nein. Da ist nix. Okay. 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 Alles bestens. Falls der Gegner kommt, verstecke ich mich hier im Schrank. Und ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich verstecke mich dann hier. Das ist eine gut... Hallo? Okay. Das ist ein guter Versteck. Das ist ein guter Versteck. Okay. Das merken wir uns. Das ist der Stealth-Mode Schrank. Den merken wir uns. Gut. Und wir nehmen... Okay. Wir müssen jetzt die Tür aufmachen. Okay. Ich muss... Ich bin so doof. Machen wir die Tür auf, indem wir die Vase gegen die Tür schmeißen. Holy. So gut. Jetzt haben wir keine Waffe mehr. Okay. What? 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 Wir sind im Media Markt. Die Tür ist aufgegangen, weil da drin Monster der 3 Ultimate liegt. Deshalb ist die Tür aufgegangen. Sonst... Hallo? Da vorne leuchtet etwas. Irgendwas atmet. Irgendwas atmet. Ähm... Hallo? Äh... Es... Ich hoffe, es macht dir nichts aus, aber ich... Ich leih mir dir mal kurz deinen Kopf aus. Denn... Sie dient mir gut als Waffe und du hast... Du... Ich mach... Das ist ein guter Zweck, für was ich dein Kopf hier wegnehme. Also bitte, sei nicht beleidigt. Okay? Okay? Denn du bist mein Schutz. Du bist mein Engel. Du bist der Helm. Du stehst zu Holy. Und Holy... Is heilig. Holy mag man. Oder nicht. Oder nicht was am Boden. Äh... Helm? Du bleibst hier. Nimmst hier kurz Platz. Ja? Wartest hier auf mich? Okay? Bitte hier warten. Helm! Wo ist der Helm? Wo ist der? Wo ist denn die Gegner? Ach... Tu meine Fresse. Tu meine Fresse. Tu meine... Nein. Okay, ist irgendwas im Schrank. Der ist sicher irgendwas im Schrank drin. Wieso... Sind die ganzen... Wieso schauen die ganzen Zimmer alle gleich aus? Und weg! Ich geb irgendwie... Okay? Da ist nix drin. Da ist nix drin. Da ist nix drin. Da ist nix drin. Willst du mich verarschen? Da ist nix drin. Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Ein Teppich. Ein Teppich. Das ist noch ein größerer Hauptraum, wenn ich einen Teppich sehe. Meine Realife-Freunde wissen, was ich damit meine. Okay. Kann ich mit dir was anfangen? Äh... Ich häng dich zurück, ja? Verkehrt, aber... Wops! Kontaktklebstoff? Irgendwas? Nein, hab ich nicht. Äh... Bleibst du halt dann liegen? Mir egal. Jetzt ist mir egal. Ich nehm meinen Helm mit. Danke, dass du auf mich geweihtet hast. Danke, das ist sehr nett von dir. Der Helm. Der Helm hat es in sich. Das ist so wie Darth Vader. Aber wenn der jetzt noch zum Atmen anfängt, dann kriege ich ne Krise. Gut, wir machen die Tür zu mit dem Helm, denn der Helm ist mein Freund. Der Helm ist mein Freund. Mein bester Freund in diesem Spiel. Und mit diesem Helm... Nein! In diesem Raum! Nee, nee! Nein! Nein! Okay, Helm, geh du vor! Zeig mir den Weg! Erleuchte mich! Und zeig mir den Weg! Flieg und sieg! Bops! Nichts passiert. Okay, wenn der Helm da drin ist, dann kann mir auch nichts passieren. Wenn der Helm ohne irgendwas da reingekommen ist, dann kann mir auch nichts passieren. Mir kann nichts passieren. Es kann nichts passieren. Es ist nur Amnesia. What? 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 Was? 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 Ich höre noch immer etwas atmen. Blut. Nein. 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 Nee. Da war jemand im Schrank. Da war jemand im Schrank, hat sich versteckt, wollte sich verstecken und wurde dann ganz schön zugerichtet. Wieso? Ich stelle mir das gerade bittlich vor. Macht das bloß nicht, dann habt ihr noch mehr Schiss. Okay, 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 wir lesen. Nein, okay, wir machen die Tür zu. Ja, sehr gut, Holy, ich brauche die Tür zu machen, die ist kaputt, die kannst du reparieren. Sehr schön. Okay, okay. Dear Anne, hopefully I will be back home before you receive this letter. Ja? However, I felt inclined to write to you as we never shared proper goodbyes. I should inform you that the crash conversion is actually quite nice. Was? Okay, also dieses Dorf war mal schön. Es war. Entschuldigung. It's a quite little place. People seem to keep it to themselves here. The inn I'm staying in is pleasant. And the man who runs is friendly. Friedliche Menschen und alles? To be honest, I don't like it here. Um ehrlich zu sein, ich mag es nicht hier. Lately there's been this sense of threat lingering in the air. Was das ist genau, weiß ich nicht. This sense of threat? Egal. I feel like something terrible is going to happen. Ich hab das Gefühl, dass irgendwas Schlimmes passieren wird. Was doch schon passiert ist. I've been trying to ignore it, but it's been keeping me up at night. Okay. Ich wollte es, ich hab es probiert zu ignorieren, aber es hat mich die ganze Nacht aufgehalten. This could just be a paranoia, but Crescum Village has been giving me a sinister and uncomfortable vibe ever since I arrived. Even when I'm alone, I feel as if I'm being watched. Also, okay. Er fühlt sich immer beobachtet. Again, maybe it's just me. After all, I'm not used to travel lunch. Either way, I am looking forward to living in Disney Village and seeing you again. Okay, sincerely, your dear sister, Margaret. Jetzt ist die Frage, jetzt ist die, okay, bevor ich erschließe, jetzt ist die Frage, es ist ja ein Monster unterwegs. Was ist, wenn sie das ist, wenn sie fliehen wollte, aber irgendwie, keine Ahnung, durch irgendwas aus ihr dann das Monster geworden ist? Oh Gott, ich, ich stelle mir zu viel vor. Okay. 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 Okay, in dem Schrank ist nix. Die Musik ist aus. Nee, geht weiter, okay. Okay, okay, okay. Okay. Hier ist sonst nix. Der Stuhl. Der Stuhl ist mein... Nee, wo ist der Helm? Der Helm ist mein Freund. Hier. Okay, ich hab den Helm. Ich hab den Helm. Ich hab den Helm. Der Helm ist bei mir. Helm ist mit mir. Helm ist mit mir. Okay, wenn man bedenkt, dass ich von da vorne hier... Oh Gott. Der Helm ist mein Freund. Der Helm hat einen Herzinfarkt. Nee. Gott, ey. Moment, Moment. Ich schließe jetzt was. Moment. Moment. Lags? Ihr habt Lags? Habt ihr Lags, Leute? Lagt es? Habt ihr Lags? Habt ihr Lags? Oder nicht? Ja, ich hab den Check, weil ich hab Lags gelesen. Ich hab nur kurz hier rüber geschaut und hab die Geschirr, ich hab Lags. Oder nur Du Views. Nix Lags. Jo, bissl. Nope. Nein. Okay, alles gut. Alles gut. Perfekt. Spitzmäßig. Gut. Gut, gut, gut. Kein Lags. Gut, 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 gut. Nee, ich war kurz, weil ich hab hier den... Ich hab den Chat ein bisschen, hab ich den Ofen, ja. Weil, ich hab keinen Bock, dass wenn das Lagt und ihr dann die Hälfte verpasst, das will ich ja nicht, ja. Okay, ich bin wieder den... Sollte es Lagen, bitte spammt den Chat voll mit Lagt, 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 okay? Wenn's Lagt, dann spammt den Chat mir voll. Dann weiß ich Bescheid. Okay. Gut. Gut, es geht weiter, Leute. Helm! Du bleibst von mir. Du bist mein Freund. Ich brauch Orangensaft. Ich brauch Orangensaft. Ich brauch das. Okay. Es geht. Alles klar. Nee. Wieso ist das so viel zuerst? Okay, da und... Okay, 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 okay. What? What? Okay, da und das Licht. Das ist schon mal gut. Okay, Helm, geh vor. Rekutik! Kein Zeichen von Leben. Okay. Buch? Okay, brauch mich nicht. Gut. Helm, ich komme. Okay. Ist hier irgendwas? Das ist ganz schön großer Raum. Was? Ratten? Ich höre Ratten. Ich hasse Ratten. What the fuck? Was ist das? Nein. Nein. Ratten. Ratten. Auch noch in... Ich höre... Hört ihr das? Hört ihr das? Hört ihr das? Das kommt von dieser Seite. Das kommt von da vorne. Ich höre keine Ratten mehr. Ich höre keine Ratten mehr. Ich höre keine Ratten mehr. Okay. Klamotten am Boden. Okay, das scheint hier so eine Bar gewesen zu sein. Nichts mehr zum Trinken. Ich war Kipper, ich war zum Trinken und ich will was saufen. Ich gebe hier Jack Daniels, dann geht es mir besser. Bobs. Ups. Hoppala. Hihi, hihi. Äh, ich weiß nicht. Hihi, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich zahl das nicht. Äh, ich hoffe, jetzt noch nicht keiner gehört. Okay, okay. Geh mal kurz Licht an. Nein, da ist ne Tür. Okay. 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 Wir wollen uns klarstellen. Da ist ne Tür. Und von dieser Seite kommen die Geräusche von den Ratten. Das heißt, da ist irgendjemand. Entweder da liegt ein Toter drin. Okay. Okay. Es hilft nix. Es hilft nix. Okay, es hilft nix. Ne, ich muss da rein. Ja, siehst du, Ratte. Hallo, Ratte. Oh, ist das süß. Oh, 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 oh. Oh, Rettie. Na, du. Bobsie. Komm. Bist du mein Freund? Na, du? Bist du mein Freund? War gleich aus hierchen? Komm, wir nehmen dich mit. Ich kann ich dich nicht nehmen. Schade. Schade. Tschüss, Rettchen. Bis später. Oh, schön. Okay, ich gehe da rein. Ich gehe da rein. Ich gehe da rein. Moment, hier haben wir jetzt was. Öl und Laudanum. Sie werden das auch unter dem körperlichen Zustand zu... Oh mein Gott. Okay, wir haben Laudanum erhalten. Das heißt, es kommt bald ein Gegner. Es kommt sicher bald ein Gegner. Wir füllen uns wieder aus mit Öl. Der Tor ist locked in Request. Okay, ja, wir können da nicht rein, wir brauchen einen Schlüssel. Ja, ja, wir können da nicht rein, aber Gott sei Dank. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Können wir hier rein? Der Tor ist dark due to a broken lock. Okay, das Schloss ist zerstört, also sei beschädigt. Hier ist viel Licht. Hier sieht's freundlich aus. Hier sieht's freundlich aus. Hier ist freundlich. Es ist freundlich. Es ist freundlich. Hier passiert etwas. Hier passiert etwas. Okay. Hier wird etwas passieren. Hier passiert definitiv etwas. Und ich höre noch immer dieses Monster. Hier passiert etwas. Da kommt jetzt etwas. Ich will nicht. Nein. Nein, es kommt nix. Es kommt nix. Davon ist Monster Hunter im Regal. Das ist das Spielende. Davon liegt Monster Hunter im Regal. Try Ultimate. Das hole ich mir jetzt. Da kann mich kein Mediamarkt-Mitarbeiter aufhalten. Nein, das geht nicht. Das werden wir nicht schaffen. Die Mitarbeiter hier. Nein, das geht nicht. Ich renne. Okay, okay, okay. Ich hieße keine Tür, Vater. Okay. Ein Zettel. Und ein Schlüssel. Schlüssel. Ich kenne das von der Hauptstadt. Ich habe nicht lange die Hauptstadt gespielt. Wenn man das Schlüssel aufhebt, da kommt etwas. Deshalb. Ähm. Okay. Was haben wir hier? Können wir spielen? Können wir spielen? Nein, geht natürlich nicht. Tschüss. Okay. Hier ist nix. Irgend sonst. Was? Ah. Zunderbüchse. Okay. Liegt hier noch irgendwas. Irgendwas versteckt. Hier vielleicht. Ups. Nein. Ich höre noch jemals dieses Monster. Dieses Atmen. Dieses Atmen. Wie verrückt. Hört ihr das? So im Hintergrund. Wahrscheinlich nicht vor lauter Labern von mir. Aber ich habe das. Was? Was? Ein Buch. Können wir nehmen. Harry Potter. Und. Der Holy des Todes. Oder so. Egal. Ähm. Okay. Als nächstes hängen wir die Notiz auf. Aber vorher. Ich weiß nicht wie die Key von Amnesien dieser Custom Stories von den Gegnern. Deshalb stellen wir diesen Stuhl hier hin. Denn hier kommt kein Gegner durch. Denn wir sind hier so sicher. So. Eine Barrikade ist aufgebaut. Hehehe. Das wird schon klappen. Wird schon schief gehen. Okay. Und noch diese. Äh. Ja, das hängen wir doch drauf. Denn das hat nochmal Gewicht. So. Helm? Nee, wir haben keine. Ach, krass. Das wusste ich nicht. Und da kommt keiner durch. Ops. Ops. Okay, wir lesen. Und mal eine Gute. Welcome. Welcome. Okay. I apologize for not being able to be a hero on your first day. But at the moment we only have one customer staying at the inn. Her name is Margaret. And she should be fine for a while. All you will need to do is serve her. Bis ich das anhört. Ihr zu dienen. And any locals that might stop by. My office is next door to this room and is usually open. So. So? If for some reason you need something, from there you are free to enter as you please. One last thing. If we run out of beer. Das ist schlecht, wenn das Bier weg ist. There's a keg in the cellar. However, the cellar door must remain locked at all times. Whenever you are down there, I advise you to leave quickly. And make sure to lock the door behind you. I don't say this lightly. The keys included with this message. Best of luck. Best of luck. From Arthur. Das heißt, da ist schon etwas im Keller gewesen. Irgendwo ein Monster. Und jemand hat es halt irgendwie vergessen zuzusperren, das Monster. Sag ich mal mal. Und hat alle getötet. Das ist meine Theorie. Das ist die Holy Theorie. Das könnte hier passiert sein in diesem Dorf. Okay. Ich nehme den Schlüssel. Zellacki. Okay. Monster, kommst du? Denn ich habe hier die fette Barrikade aufgebaut. Nein, kommt nicht. Okay. Los, Stuhl. Hüdo. Was? Was? What? What? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was ist das? 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 Was? Was? Verdammt. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Okay, Stream. Amnesia Pause. Ich kann jetzt nicht mehr. Ich kurze Pause oder ich muss kurz Musik...